Und an Moinzen zu den dieswöchigen VfB News gibt es natürlich trotzdem, auch wenn diese Woche Länderspielpause ist, also kein Spieltag, aber wir legen los mit, ja es ist ein dicken länger her, aber ich verbreite die schlechte Kunde trotzdem mal, dass es nämlich der Player of the Month für Februar wurde, fucking Jadon Sancho. Junge, Junge, das ist ja unfassbar, Jadon Sancho, also dass die Trophäe der Galeitisch nicht mitgenommen hat, ist wirklich an Lächerlichkeiten nicht zu überbieten, aber gut, so ist es, so ist es. Was ich sehr interessant fand, wie gesagt, es wird wieder ein großes Gerammel an ganz vielen News, wisst ihr ja, Stand dieser News ist dann weiterhin immer der Tag, wenn es hochgeladen wird, das haben wir hier gerade so grob 16, 30, 17 Uhr an diesem Freitagmittag, wie immer auch alle Quellen und so weiter verlinkt, ihr wisst Bescheid. Von ZDF Sport, Instagram-Beitrag, was ist dran am 40-Punkte-Mythos? Finde ich sehr interessant, 2, 10, also hat es quasi, die haben immer so gerechnet mit einem Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Haben sie quasi einen Punkt hochgerechnet vom Relegationsplatz aus, was ja dann als 15. reichen könnte zum Klassenerhalt. 2, 10, 2, 11 waren es 37, 11, 12 waren es 32 Punkte, 12, 13 auch, 13, 14 waren es 28 Punkte, 14, 15 waren es 36 Punkte, 15, 16, 17 waren es 38 Punkte, 17, 18, 34, 18, 19, 29 Punkte, das waren ja wir, wir hatten ja 28, aber wir rechnen ja den Punkt oben drauf und 19, 20 waren es 32 Punkte. Also dieser 40-Punkte-Mythos, habe ich auch schon öfter angesprochen, die brauchst du quasi nicht und dann siehst du auch, wir haben aktuell 36 Punkte auf dem Konto, ich rechne immer noch gerne noch einen Punkt oben drauf, wegen Torverhältnis, was wir, klar, gegen München uns leider so ein bisschen runtergezogen haben, aber immer noch besser ist, als alles, was da unten halt rumkreucht. Damit quasi 37 Punkte, das hat in den letzten Jahren immer gereicht, habt ihr ja hier gesehen, das Höchste waren 38 Punkte und da war ja quasi der 16. auf 37 Punkte, dann haben sie ja einen Punkt oben drauf gerechnet. Also, nur nochmal so ein bisschen die Sicherheit, nach vielleicht ein bisschen schlechterer Laune nach dem Bayern-Spiel, aber ich glaube, die ist bei uns gar nicht so breit geworden, ich glaube, das können wir alle recht realistisch einschätzen. Fand ich ganz nett den Spruch noch zum Bayern-Spiel von Materazzo, wir waren ein Stück weit unvorbereitet gegen Bayern, so früh in Überzahl zu spielen, haben wir vorher nicht angesprochen. Und gut, warum auch, warum haben wir irgendwie groß planen, dass die Bayern nach 10 Minuten, nach 12 Minuten waren es, glaube ich, nur zu 10 sind. Aber fand ich irgendwie lustig, klingt irgendwie lustig, das Zitat von Materazzo, sagen wir mal, was soll das jetzt hier auf einmal spielen in Überzahl, was soll das? Darauf haben wir uns hier nicht unbedingt vorbereitet. Dann auch nochmal kurz die Aussage von Missentat, die ich ja auch schon im Nachbericht drin gehabt haben müsste, glaube ich. Er wird sechs bis acht Monate ausfallen, das vorderrechte Kreuzband ist gerissen. Das tut uns weh und ist extrem bitter für ihn, aber Silas ist ein Monsterjunge, er wird stark wiederkommen und gute Spiele für uns machen. Wenn Missentat über Silas Wamangituka, da habe ich auch nochmal einen Tweet reingepackt, wo er weinend quasi aus der MRT-Untersuchung rauskommt, vor Ort, ja, es ist einfach richtig, richtig, richtig eklig, so etwas anzugucken. Es ist so unsagbar schade, aber wir sind einfach mal so zuversichtlich, dass er genau so zurückkommt, wie es ein Kalajic tut. Der kam ja, der war ja noch länger, der hat sich, glaube ich, für alles im Knie kaputt gemacht, was ging. Der war, glaube ich, mal einen Monat oder zwei länger, als Silas jetzt vermutlich ausfällt. Hoffen wir einfach aufs Beste, der Junge hat dermaßen was drauf, so wie alle im Kader auch eine sehr, sehr sympathische, komischer Mensch, glaube ich, ohne ihn jetzt natürlich persönlich zu kennen, logisch. Aber ja, einfach Daumen drücken, gute Genesung. Und das möchte ich auch nochmal ansprechen, hatte ich auch eine Nachricht angesprochen, könnt ihr auch gerne da drunter schreiben in den Kommentaren, so wie zu allen natürlich hier diskutieren. Der Kommentar mit Erstmangala, jetzt war Makituka, wir haben Glück, dass das Verletzungspech, wenn er schon zuschlagen muss, das erst jetzt tut, wo der Klassenhalt so gut wie sicher ist. Andererseits habe ich keine Zweifel, dass die Mannschaft auch diesen Verlust kompensieren kann. Und dann eben der Kommentar, die Antwort darauf, das glaube ich nicht. Gonzalez will gehen und weil Makituka wird bis 2022 nicht zur Verfügung stehen, dazu starker Aufsteiger. Das wird in der kommenden Saison sicher kein Schritt nach vorne, du hast es hier zuerst gehört. Gerne dazu eure Meinung da drin lassen, hatte ich auch einen Nachbericht schon drin. Finde ich ein sehr, sehr interessant, ja, Statement von dem Twitter-User hier. Was ja durchaus nicht 100% falsch ist. Ich glaube, die zweite Saison nach dem Aufstieg, da müssen wir genauso, wie mit dem ZDF-Sportbeitrag, auch mal gucken, ob das ein Mythos ist. Aber diese zweite Saison nach dem Aufstieg hat ja, keine Ahnung, so einen Fadenbeigeschmack. Das hat irgendwie kein gutes Gefühl dabei, wenn man darum widerspricht. Dazu Sidas, der wird vermutlich wirklich nicht vor Januar, Februar oder so nächsten Jahres wieder richtig Fuß fassen. González im Sommer ist für mich auch das Wahrscheinlichste, das er geht. Natürlich auch noch nichts fix, ne? Auch wieder gucken, wen holst du als Ersatz? Holst du auch im Sommer vielleicht den Sidas-Ersatz? Musst du vielleicht doch irgendjemand anders noch abgeben, wenn vielleicht Mangala eine Bomben-EM spielt? Wer weiß, keine Ahnung. Deswegen, sehr interessanter Denkanstoß hier. Dann hier, könnt ihr euch gerne noch anschauen, den Tweet hier, man merkt, wie das Team zusammenhält, wo hier Kalejcic 45 Sekunden für einen SWR-Sportbeitrag, so wie es aussieht, quasi gute Worte und aufbauende Worte Richtung Silas geäußert hat. Ja, wer soll es besser wissen, wie er sich fühlt als Kalejcic? Auch interessant, Alaba entschuldigte sich umgehend, kam nach der Begegnung in die VfB-Kabine, um sich nach Wammaget-Dukka zu erkundigen und ihm alles Gute zu wünschen. Muss man auch hervorheben, wie ich finde. Bin ich auch dabei, muss jetzt auch nicht übertreiben, aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Szene. Alaba hat ja quasi nicht eingewirkt, der hat ja nichts gemacht irgendwie. Das war ja die typische böse Verletzung ohne richtige gegnerische Einwirkung. Deswegen umso schöner auf sowas zu hören. Und dann hier auch nochmal einfach ein bisschen positive Gedanken zum Thema Silas. Der VfB spielt eine gute Hinrunde, 21-22 steht zur Winterpause auf Platz 5. Dann das Comeback von Wammaget-Dukka, furios schießt er die Schwaben zur Meisterschaft. Ausgerechnet der Pfeilschnitt der Kongolese stemmt die Schale in die Luft, 60.000 Geimpfte liegen sich in den Armen. Sensationeller Tweet, sensationell. Dann auch sehr interessant finde ich, wo wir eben unsere Europa-Hoffnungen oder wie auch immer oder Träumereien, wie man es mal nennen will, da mal gucken. Können wir hier bei Transfair.de aufs restliche Programm schauen. Wir haben jetzt noch Bremen zu Hause, Dortmund zu Hause, Union auswärts, Wolfsburg zu Hause, Leipzig auswärts, Augsburg zu Hause, Gladbach auswärts, Bielefeld zu Hause am 34. Spieltag. Was lustigerweise, ich will ja auch ein Special machen dann, aber dieser Tag am 22. Mai 2016, habe ich mein erstes Video hochgeladen, das heißt, da werde ich safe einen Zusammenschnitt machen. Aber lustigerweise ist der 5-Jahre-AFM-Tag quasi, der 22. Mai 2021, ist genau der Spieltag. 34. Spieltag, Samstag 15.30, läuft ja alles parallel, die letzten beiden Spieltage jeweils immer alles. Samstag 15.30, das heißt, wir haben quasi den Bielefeld-Stream aller Voraussicht nach, vielleicht kann man ja ein Stadion, ich glaube es fast nicht, natürlich das i-Tüpfelchen, aber wie gesagt, glaube ich nicht dran, das heißt, wir werden wahrscheinlich wirklich einen Jubiläums-Stream quasi haben, finde ich irgendwie lustig, wie das da reinpasst. Die haben hier das, glaube ich, mal zusammengepackt, hier oben Restprogramm, Durchschnittsrang unserer Gegner für die letzten Spiele sind damit also, ich weiß nicht, ob wir das Bayern-Spiel noch mit reingerechnet haben oder nicht hier bei Transfermarkt.de, aber wir haben eine Durchschnitts-, oder Gegner von uns im Saisonendsport hat Durchschnittstabellenposition 8,63 und dann mal vergleicht, die Freiburger vor uns haben 11,38, also quasi schlechtere Teams, und Jonen hat auch ein sehr, sehr happiges Ding, so wie es aussieht, muss ich hier mal kurz spontan reinschauen, aber Jonen scheint auch happig zu haben, ja, die haben schon gut happig, bei denen sind es auch 6,50 der Rang der Gegner, deswegen, das wird echt ein enges Ding, Freiburg auch wieder so ein bisschen am Kommen, das heißt, ich glaube, dieser Kampf um Platz 7, weil ich glaube, um Platz 6 oder so wird es nicht mehr großartig gehen, könnte echt noch sehr interessant werden. So, auch eine sehr, sehr schöne Message von VfB, wir sagen Nein zu Rassismus und rufen unsere Fans, Partner und Unterstützer mit der Kampagne Show Racism, The Red Card, der, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie die heißen, der Morten Football Foundation, auf jeden Fall irgendwie ein Hashtag, dazu aufgemacht, um Rassismus die Radikale zu zeigen, Tagging Rassismus, sehr, sehr schöne Aktion, gefällt mir so, wir machen weiter mit schönen Aktionen von VfB, alle für Wasser, Wasser für alle VfB und Viva con Agua kooperieren, Wasser, äh, Water is a human right, Hockter Castro da mit dem, mit dem Schild, sehr, sehr schöne Aktionen, auch außerhalb des Feldes, gefällt mir sehr, sehr gut, was man auch sehr, sehr gerne hört, Sky Sport, ähm, auf Instagram-Toriger Sascha, Sascha Kalajic macht den Fans des VfB Hoffnung, dass er noch länger im Dresd der Schwaben spielt, zu einer möglichen Vertragsverlängerung äußert es sich, der 23-Jährige im Kicker, das kann ich mir durchaus vorstellen, ich bin froh beim VfB zu sein, weil ich gerne beim VfB spiele und weiß, dass ich geschätzt werde, Vertrag läuft ja bis 30.06.2023, also da ist auch noch genügend Zeit, ähm, gar nicht so eilig, da irgendwie verlängern zu müssen, äh, aber wäre natürlich auch nochmal ein State, wenn wir dem auch nochmal ein Jahr länger gibst oder so, ne, ich glaube Gonzales und so weiter, das haben ja, glaube ich, alle bis so 2.24 Vertrag, äh, hier die Bild schreibt, Gonzales bleibt da, Sosa sagt ab, das war zum Thema Länderspielpause, ähm, auch sehr schön, weil sie Gonzales halt einfach nochmal komplett fit machen will, ne, nach seinem Muskelfaserriss, nicht direkt Nationalmannschaft, so ist er abgesagt, bei der U21 für Kroatien, für die EM, äh, die Gruppenphase, die sie da jetzt haben, während der Länderspielpause, ähm, aber ich glaube, der hat eh noch irgendwie eine rote Karte abzusitzen, also ich glaube, das wird auch damit ein bisschen zusammengehangen haben, die Entscheidung, ähm, ohne ein halbes Dutzend Nationalspieler, aber mit personeller Verstärkung von Jung und Wild, also unserer Jugend, äh, geht's zur Sache, Leonard Münst, U19, Matej, Maklika, Marco Wolf und Sebastian Hornung, alle U21 sind dabei, auch schön zu sehen, dass sie wieder ein bisschen, ja, Luft schnuppern dürfen, ne, der Tweet hier ist auch sensationell, wo hier Vertikalpass quasi auf einen Tweet reagiert, ähm, ich hab auch noch nie einen Katastrophenfilm gesehen, in dem jemand zwischendurch kurz mal nach Malle geflogen ist, und dann die Antwort von Vertikalpass VfB-Fans schon, richtig starker Kommentar, richtig starker Tweet, gute Antwort, ähm, weil, wenn ich es richtig im Kopf hatte, sind wir damals in unserer Abstiegssaison, ähm, 15, 16, eben zu einem kurzen Trainingslager nach Malle geflogen, also sensationeller Kommentar, ähm, Medien, VfB fordert 25 Millionen Euro für Karlajcic, das ist, glaube ich, eine recht, ja, angemessene Summe, so, ähm, aber, ja, Newcastle interessiert, scheinbar auch, äh, Juventus, Leipzig war ja auch interessiert, aber das hat er, die haben jetzt ja einen geholt, ähm, von Ajax, und ich glaube auch der Kollege, einer von den Leipzigern, äh, offiziell hat es auch im Doppelpass gesagt, dass da nichts wird, dass man das Gerücht zumachen kann, ja, werden wir alles sehen, ne, jetzt, der Hype ist riesig, aber ich hab bei ihm wirklich recht große Zuversicht, dass der uns nicht im Sommer verlässt. Dann VfB-Interesse an Gladbachs Torwartrainer Krebs, auch interessant, da wäre jetzt eine Änderung, oder ein Zugang quasi, den wir jetzt als Fans nicht groß sehen werden, aber es ist interessant, weil er eben auch scheinbar schon in Hoffenheim mit Kobel intensiv zusammengearbeitet hat, gefällt mir. So, Kobel, weiteres Thema, ich liebe meine Vorderleute, er hat auch mal ein bisschen darüber gesprochen, ähm, das klappt ja richtig gut, weil er auch diese, diese paar Aktionen, wo da irgendwie Kobel, äh, einen rauslässt, irgendwie kämpfi, du Gott und so weiter, also das, das läuft schon da hinten defensiv, sehr, sehr schön, daran hängt, der Mafropanos-Verbleib, ähm, hat, mit Sinn hat auch gesagt, je besser Dinos spielt, desto unwahrscheinlicher ist es, äh, ihn nochmal ausleihen zu können, muss man gucken, würden ja gerne nochmal leihen, kaufen wird schwierig, aber gut, Arsenal hat halt bisher mit ihm auch nicht großartig geplant, ne, also möglich ist da glaube ich schon was, Thema Arsenal und Thema scheinbar was möglich, könnte ein dicker Fisch sein, wir hatten das Gerücht schon mal hier drin, scheinbar sind wir kurz davor, Floran, ne, Fularin, Balogun, ähm, einen mit einem Vierjahresvertrag auszustatten, ab dem Sommer, wo er dann ablösefrei zu holen ist, weil der Vertrag ausläuft bei Arsenal, ähm, doch irgendwie eine Million Euro mit dabei, ich weiß nicht, ob das der Spieler bekommt, irgendwie quasi auf die Hand, dass er kommt oder wie auch immer, und scheinbar 20.000 Euro pro Woche, ähm, sind so ein paar Details, die hier der Arsenal-Nutzer schreibt auf Twitter, natürlich auf Englisch, ne, ähm, und schreibt auch, da Nicolás González recht sicher scheinbar am Sommer weg ist, oder mit am wahrscheinlichsten ist, wie wir es ja schon seit Wochen sagen, dass er im Sommer gehen könnte, und, ne, ein bisschen Tats, oder wir sehen Balogun wohl scheinbar dann als perfekten Ersatz für González, hatten wir schon mal im Gerücht den Balogun, der bleibt immer noch da, irgendwann hieß es mal, okay, es wird vielleicht Deutschland, ah, okay, dann hieß es mal, okay, der ist ganz, ganz sicher bei Leipzig, dann jetzt doch nicht, wir sind halt immer noch die ganze Zeit auch im Rennen gewesen, ne, unser Name ist nie so groß, nie so groß weggefallen, er hat die Arsenal-Vergangenheit ermisst, den Tat, Balogun, klar, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, boah, Junge, ich habe von dir wie das U19-Spiel gesehen, ne, aber, ähm, hat scheinbar ja auch schon in der englischen Liga ein bisschen gespielt, bei Arsenal, auch schon in der Euroliga, Euroliga auf jeden Fall schon ein paar Einsätze bekommen, und auch anhand der Reaktion, ne, das wäre bei uns genau das Gleiche, wenn irgendein Jungspieler geht, ne, ist klar, immer noch ein bisschen mehr Hype dabei, und vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel Hype, in manchen Fällen, ähm, aber da ist die Reaktion schon eher wieder, boah, Arsenal, also von den Arsenal-Fans selber aus auf Twitter, boah, Arsenal, was seid denn ihr für Deppen, behaltet den doch bitte, um Gottes Willen, schattet den mit dem Vertrag aus, den müssen wir halten, also das ist, glaube ich, wirklich schon ein dickes Ding, vielleicht so ein bisschen vom Hype vergleichbar, wie unser guter Sanko, der noch mal ein paar Jährchen jünger ist, ja, aber auch Riesentalent ist, und wir auch hochgelobt wurden, oder ein bisschen hochgelobt wurde, Diamantenauge und so, ähm, und ich glaube, das wäre schon auf jeden Fall kein verkehrter Deal, den Barlogon im Sommer als Direktersatz für Gonzales zu holen, schon allein, weil der auch dann quasi, ne, wenn du für Gonzales 30, 35 Millionen einnimmst, und für den halt eine Million ausgibst, weil der halt ablösefrei ist, wäre das einfach wirklich mal wieder richtig gutes Business, und ne, wir haben weiterhin Corona, wir haben weiterhin keinen Zuschauer, du wirst ganz, ganz sicher diesen Sommer mit einem Transparen, Transferplus, vielleicht auch mit einem ordentlichen Transferplus, dann am Ende abschließen, ich glaube kaum, dass du wieder jeden Cent ausgibst, den du einnimmst im Sommer, deswegen wäre das glaube ich schon ein sehr, sehr starker Deal, und dann, Spielplan für den Saisonentsport, wir gehen durch, Dortmund war ja bekannt, dass das am 10.4. um 18.30 Uhr ist, ähm, Union ist Samstag 15.30 Uhr auswärts, äh, du hast Wolfsburg Mittwoch, äh, abends 20.30, du hast Leipzig auswärts am Sonntag 15.30, du hast nochmal Augsburg zu Hause, auch Sonntag, aber 18.00 Uhr, und dann haben wir Gladbach Samstag auch 15.30, und dann haben wir, ähm, letzter Spieltag, oder, wie der vorletzte auch, war auch klar, hätte ich eigentlich fast gar nicht erwähnen müssen, die letzten beiden Spielkader, Gladbach auswärts, und dann Bielefeld abschließend zu Hause, ist halt immer, ähm, Samstag 15.30, ne, alle Spiele gleichzeitig so, wie es sich ja viele Fußballromantiker auch sowieso wünschen würden, ähm, und da habe ich auch schon gesehen, das wird eine sehr, sehr wilde Phase, habe ein bisschen vorgeplant, ne, so ein bisschen Ordnerstrukturen bei mir, die YouTube-Planung, neben Studium, holler die Waldfee, weil diese Phase dann, wenn du Union hast, Samstag 17.04.15.30, und direkt hinterher hast du Wolfsburg, Mittwochabend 20.30, und direkt hinterher, am 25.04. hast du Leipzig, danach ist, äh, erstmal Länderspielpause, wohl wieder, das ist ja gefühlt eine Phase, wo du zwischen Union, Wolfsburg und Leipzig, weil es so enge Taktung ist, mit dem, mit der englischen Woche, quasi täglich irgendeinen Upload hast, bin ich mal sehr gespannt, ob ich es da so stemmen kann, oder ob wir halt da mal den ein oder anderen Vor- oder Nachbericht halt, äh, flöten lassen müssen, mal schauen, mal schauen, Bale-Ersatz, Spurs-Blick nach Stuttgart, das Gerücht ist zurück, hatten wir ja schon mal, dass González scheinbar bei, ähm, Tottenham im Gespräch ist, dann unten auch nochmal Dortmund und Juventus Turin, äh, haben den scheinbar im Blick, hier wieder das typische Ab, Ablöse von 30 Millionen Euro, gesprächsbereit. Dann, unser Testspiel, 3-0 Sieg, äh, gegen die Würzburger Kickers, Treffer durch González, durch Elfmeter von Didavi und durch Philipp Förster, ähm, Kaminski hat uns als Kapitänausfeld geführt, okay, Cissé, Armada durften spielen und so weiter, auch der 19-jährige Leonard Münst durfte spielen, ähm, hat 20 Minuten bekommen, so wie es hier aussieht, ähm, ja, und ich glaube, die größte, wichtigste Message fast ist, dass sich keiner verletzt hat, weil das ist das typische Ding, was manchmal passiert bei so's, ja, klar, ne, Spiel, Spielpraxis und so weiter, Leuten eine Chance geben, aber im Endeffekt ist es schon irgendwie ein unnötiger Test gewesen gegen Würzburg, aber so wie es klingt, keiner verletzt oder sowas, gab es hier die News, dass, man muss sich sehen, ähm, ja, das Spiel quasi mit Krücken, ähm, verlassen hat, aber Verletzung soll nicht schwer sein, also da scheint alles im grünen Bereich zu sein, ähm, ja, und hier kurz vor Schluss quasi noch, haben noch 3, 4 News am Start, alter, laut Transfermarktweb.com ist der VfB neben Freiburg und Frankfurt an Franck Ribéry interessiert, also größere Scheiße habe ich noch nie in meinem Leben gehört, ne, 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 also was willst du mit einem Ribéry, wie, das passt nur ins Schema, weil er Franzose ist, sonst passt das in gar kein Schema, oder du holst ihn halt irgendwie quasi, nicht als Spieler, sondern als, was weiß ich, mal ein Dolmetscher, Motivator für unsere ganzen Franzosen, aber das ist ein wildes Gerücht, mein Ribéry zum VfB, Jesus, ne, 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 dann hier die Davi-Interview bei der Bild gegeben, ich muss auf Gehalt verzichten, ähm, über seine Zukunft, auch gesagt, äh, ab Sommer werde ich auf jeden Fall noch etwas machen, folgt auf Vertrag aus, ob er dann bei uns noch was macht, ist halt die Frage, irgendwen wird er ja finden, ob ich unbedingt behalten will, weiß ich auch nicht unbedingt, du musst, brauchst nicht zu behalten, in der Rolle, die er jetzt hat mit Joker und so, und mal kommen, und dann so ein Ding machen gegen Schalke, auch alles in Ordnung, kicken kann er ja schon, ist halt nur keiner mehr für Startelf, oder einen, den du immer brauchst, also, da werden es schon richtige Entscheidungen fällen, wie auch bei Kaminski im Sommer, oder Al-Ghadoui und so weiter, weil da alles ausläuft, ähm, auch krasses Gerücht, laut, äh, wie ist es, oh ja, Calcio, Calcio, Mercato, keine Ahnung, sind Manchester City und der FC Bayern München an Borna so sehr interessiert, auf ganz chilliger Basis, einfach mal noch Main City dazu gerutscht, die Bayern haben ja auch schon dabei, Bayern wird mich aber weiter in Wundern, die haben doch einen geholt, aus der zweiten englischen Liga, soweit ich weiß, auf der Position, aber Main City macht ja auch gar nicht so krass wenig Sinn, äh, rein von Position her, ich glaube, die haben da auf links ein bisschen Nachholbedarf, äh, die haben ja generell die, jedes, gefühlt jedes Mal eine neue Abwehr pro Premier League Saison, jetzt übertrieben gesagt, da gibt es ja diese ganzen, diese ganzen Witze, dass sie quasi, mehr Millionen ausgegeben haben, an Transferbudget, für irgendwelche Innenverteidiger, für quasi Abwehr, als irgendwelche Nationen für ihre, ne, quasi militärische Abwehr ausgeben, ähm, ja, würde rein so passen, aber ist schon krass, wie sieht er gut ist, so ist er bewegt, das ist heftig, jetzt auch so dicke Namen dabei, Holla die Wald, wir mal gucken, ich glaube nicht, dass der jetzt wirklich zu Main City oder Bayern geht, würde ich mir natürlich auch nicht wünschen, aber ich glaube es auch irgendwie nicht, aber, solche Gerüchte werden vermutlich jetzt nicht, ja, nicht weniger, ne, das wird in Richtung Sommer schon lustig, du wirst wahrscheinlich in Richtung Sommer irgendwann das Gefühl haben, dass du noch viele Leute im Kater hast, die nicht umworben sind, das wird glaube ich ein recht lustiger Sommer, sind wir mal gespannt, und dann zum Abschluss, ähm, dieser Start der VfB, Profis in den Länderspielhause, kann sich sehen lassen, Sascha, the goat, Kalajic, hat zwei Buden gemacht, gegen Schottland, für Österreich, hat zwar nicht, leider ganz, nicht, nicht ganz gereicht, ne, hat zwei ausgegangen am Ende des Tages, aber kann er nichts dafür, Wataru Endu hat ein Kopfballtor geschossen, äh, für Japan und auch Klimovic kam zu einem Kurzeinsatz, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten bekommen, bei der U21 in ihrem Sieg gegen Ungarn war es glaube ich, 3-0, ähm, wurde da auch gelobt, hat schon einmal wirklich einen guten Eindruck gemacht, ich habe so ein bisschen halb im halben Auge gesehen, äh, hat da ein guten, ja, gutes Debüt gefallen für die U21, da geht es auch noch weiter, haben nochmal zwei weitere Spiele, auch Länderspiele hat es, Reihen von Deutschland, also typisch mal ist es Österreich und so weiter, auch noch haben, auch nochmal zwei weitere, ähm, dann bis dann die Länderspielpause vorbei ist nächste Woche, mal gucken, was da noch so geht, aber, wie ist der VfB auch titelt, ein sehr, sehr stabiler Start und dann sind wir für diese Woche durch mit den News, wie gesagt, sehr, sehr gerne zu jeglichen Themen, die ich hier angeregt habe, äh, eure Kommentare da lassen, schreibt mal darüber, diskutiert mal darüber in den Kommentaren, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.